Der FC Bayern sucht einen neuen Mittelstürmer von Weltklasse-Format und soll sich nun offenbar mit Tottenham's Harry Kane einig sein. München-London, der FC Bayern München ist weiter auf der Suche nach einem neuen Angreifer, der in der kommenden Saison für die Tore sorgen soll. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski, den es im vergangenen Sommer zum FC Barcelona in die spanische La Liga zog, fehlt dem deutschen Rekordmeister ein Stürmer von Weltklasse-Format. FC Bayern München sucht neuen Mittelstürmer Zuletzt waren mehrere Namen im Gespräch beim FC Bayern München, unter anderem wurden Viktor Osemhan, SSC Neapel, Randal Kawamuani, Eintracht Frankfurt und Duschan Vlahovic, Juventus Turin, mit dem FCB in Verbindung gebracht. Ein Spieler, der schon lange auf der Wunschliste steht, ist Harry Kane von Tottenham Hutspur. Nun soll sich der FC Bayern München mit dem Torjäger der englischen Fußball-Nationalmannschaft grundsätzlich einig sein. Nach Bildinformationen haben seine Untertitelung des ZDF, 2020